Ich und der Fallapfel, oder der Falli, wie ich ihn ja nennen darf, jetzt neuerdings. Ja, wir kommentieren heute sein Gameplay, das ist nicht mal meins, das ist mal was ganz neu ist, von Titanfall. Das haben sich ja hoffentlich alle gewünscht. Ja, ich muss ja mal gerade sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt an deiner Aufnahme liegt oder so, aber ich finde die Grafik total schlecht. Das ist es an meiner Aufnahme, weil ich musste runterrendern, das liegt echt an mir, die Grafik ist eigentlich gut, aber ich musste runterrendern, dass wir überhaupt heute irgendwie was hinkriegen, sonst hätte das alles zu lange dauert. Ich hab das ja auf 200 MB runtergekriegt. Aber das ist ziemlich spacig, dass du da so übelst springen kannst und... Ja, du hast halt so ein Jetpad, ne, du kannst halt so doppelt springen, wie bei Mario kennt man ja so ein bisschen. Dann kannst du so zweimal die Leder-Taste und dann hast du einen Doppelsprung. Das ist echt nicht schlecht, du. Ja, und kannst dich halt direkt unsichtbar machen und hast da echt einiges. Kannst du durch die Fenster jumpen und so und generell das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell, also sehr schnell ausgelegt, so für schnelle Kämpfe. Na, ich seh das auch schon. Du bist ja ja am Durchwaschen und am Sterben. Ja, da passiert einiges. Also zack, 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 geht das ja ja. Ja, nur meistens sind halt viele Bots auch unterwegs. Es ist immer schwer so ein bisschen zu erkennen, was jetzt Bot ist und was jetzt Spieler ist. Okay. Das ist so, die Bots, die machst du dann nach zwei Schüssen eigentlich platt und ein Spieler brauchst dann ein bisschen länger. Zum Beispiel jetzt hier die beiden, das waren jetzt Bots gerade. Okay, woran erkennt man das? Äh, die treffen nicht, wenn sie schießen. Also die Bots in dem Spiel, muss man sagen, sind echt blöd. Das war jetzt ein Spiel. Aber die Bots sind halt ziemlich blöd und du kriegst halt auch weniger Punkte, wenn du einen Bot killst und einen Spieler kriegst so 100 Punkte. Okay. Bei einem Headshot halt ein bisschen mehr. So. Und die Punkte braucht halt dein Team, um halt zu gewinnen. Und wie, ähm, ja, ich sollte erst mal reden lernen. Wie viele seid ihr insgesamt? Ähm, acht Leute insgesamt und ja, vier Teams halt. Okay. Ob es dann ein bisschen mehr dazu kommen, weiß ich jetzt nicht. Kann aber, kann ich mir mal gut vorstellen, dass bestimmt irgendwann auch mal, äh, in beiden Teams fünf Leute oder sechs Leute vielleicht mal dabei sind. Ja, ich hab auch gehört, sechs gegen sechs soll das fertige Spiel eigentlich haben. Ah, ja, das wär geil. Ja, also das hab ich so gehört. Weil, also, ich weiß jetzt nicht, wie es natürlich ist, weil ich hab selber noch nicht gespielt, weil es ja leider nicht für die Playstation kommt. No. Ähm, die Maps scheinen aber doch recht groß zu sein dafür, dass ihr da nur mit vier Leute rumläuft. Ja, also, es geht. Ich würd' mal sagen, relativ groß. Ähm, was jetzt... Ja, ich mein' jetzt dafür, dass ihr nur vier Leute seid, ne? Ja, okay. Ich mein', klar, sie sind nicht so groß, wie man's jetzt vom Battlefield gewohnt ist oder so. Ja. Ja, man kann die Map aber sehr schnell ablaufen. Das merkt man dann im Spiel verlaufen. Du bist, äh, nach ein paar Minuten schon drüben. Und vor allen Dingen, du hast ja deine Titans dann, wie ich das jetzt gerade hab. Und, äh, die laufen ja viel schneller. Ich bin ja auch schneller unterwegs. Und wodurch werden die freigeschaltet, die Titans? Äh, durch die Zeit. Das hat man jetzt am Anfang gesehen. Da hatte ich, ist, äh, am Anfang, ich meine, zwei Minuten noch was ist das, glaub ich. Läuft so ne Zeit ab und wenn die abgelaufen ist, dann kriegst du deinen Titan. Kannst aber durch Karten, die du, äh, freispielst, ähm, kannst du zum Beispiel Beschleunigung, äh, freispielen, um dass dein Titan 80 Sekunden weniger Zeit verbraucht, dass der direkt im Spielfeld ist oder direkt den Titans, der direkt im Spielfeld von Anfang an dabei ist. Das, äh, da gibt's einige Karten. Das ist... Die kriegst du dann, äh, durch Erfolge freigespielt. Am Ende. So. Okay, okay. Dann kriegst du halt ne Karte und kannst sie dann einlösen. Dann gibt's mehrere Sachen. Und hat dann die ganze Zeit jetzt jeder von denen einen Titan oder, wie sieht das da aus? Also sobald der Titan kaputt ist, kriegst du einen direkten neuen, oder? Ja, dann geht die Zeit wieder von vorne los. Achso, okay. Du springst dann halt raus, quasi entweder automatisch, wie jetzt gerade, halt, äh, springst du raus und dann bist du draußen und kannst wieder rumlaufen und musst halt wieder neu warten, bis dein Titan sozusagen äh, ja gebaut wird. Der wird ja quasi oben in so einem Raumschiff, kann man sich das vorstellen, hergestellt und gebaut. Und, ähm, das dauert dann ein bisschen. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut. Ist mal was ganz Neues, ne? Jetzt hab ich den nächsten Titan direkt. Ja, hab ich gesehen. Also es geht schon schnell. Also es geht schon schnell. Also es geht schon schnell. Ja, also definitiv ist es ein schnelllebiges Spiel, das sieht man definitiv. Auf jeden Fall. Ja, und mit den ganzen Waffen vor allen Dingen. Das ist dann auch nochmal ein bisschen schneller. Du machst auch schneller Kills. Also bei Battlefield, wenn du Battlefield gespielt hast und dann Titanfall, dann kommen dir die Kills so rasend vor. Das ist unglaublich. Echt schnell. Schön, dass wir da auch mal den Vergleich herstellen. Und so der Allgemeineindruck, den du jetzt so im zweiten Fall gewonnen hast. Also zur Titanfall kann ich ja so eigentlich nichts sagen. Aber zur Beta, zum kompletten Spiel, da werden wir noch, da wird noch mehr dazukommen, würde ich sagen. Da kommt ja richtig viel. Das wird ja noch eine Überraschung sein, was da noch kommen wird. Aber jetzt von der Beta bin ich echt beeindruckt. Also, dass das so gut läuft. Allein, dass die Beta so richtig flüssig ist. Ich hatte kaum Bugs oder bisher hatte ich überhaupt einen Bug. Keine Ahnung. Ich habe gar keinen Bug. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. So im Gegensatz zu anderen Spielen ist das schon echt sehr, sehr gut. Sehr gelungen für so ein großes Spiel. Sehr geil auf jeden Fall. Gut, dass wir da nicht erwähnen, welche andere Spiele und Bugs du meinst, ne? Nee, da würde ich darüber reden. Mit der Spiele keine Namen. Nein, nein, natürlich nicht. Gerade, wenn es um etwas Gutes geht, dann können wir jeden Namen nennen. Aber so geht das nicht. Ja, das wollen wir nicht. Ja, und hier sieht man nochmal, da hat sich hinten bei mir, an meinen Titan, hat sich jemand ein anderer Spieler drangesetzt. Das kannst du nämlich auch. Und der reißt, wie ich das jetzt gerade mache, reißt du so ein Ding ab und kannst dann raufballern und kannst den Titan dann auch nochmal so töten. Also das bedeutet, du kannst auch zu Fuß sehr, sehr, auch Titans und so töten. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt zu Fuß keine Chance hast gegen Titans. Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wenn eben die, ich sag mal, das Gegnerteam natürlich so ein bisschen übermächtig ist oder was, und die ganze Zeit ihre Titans hat, ob du dann überhaupt eine Chance noch hast. Aber es scheint so, ne? Auf jeden Fall. Also du kannst dich halt dran klemmen. Du hast auch deine... Jetzt habe ich zum Beispiel die Karte freigesetzt. Das ist so eine Art Raketenwerfer, die sehr, sehr heftig ist und viel Damage macht. Erst auch nur einmal. Ähm... Und da machst du richtig viel Damage halt. Wenn du sowas hast, jetzt zum Beispiel... Ich habe, glaube ich, gar nicht getroffen. Weiß gar nicht. Und ja, du hast auf jeden Fall richtig viel Chancen auch ohne Titan. Ich kenne sogar Leute, die jetzt mit uns auch gezockt haben, ähm, die auch komplett ohne Titan die ganze Zeit rumgelaufen sind. Die haben den Titan. Du kannst den Titan halt auch im Folgen-Modus, äh, kannst den umstellen, dass der dir folgt. Oder einfach nur ein Ziel bewacht. Also einfach rumsteht und andere Gegner automatisch tötet. Ähm, das mache... Kenn ich auch jemanden, der die ganze Zeit einfach nur die Titans so killt und den... ...Titan einfach alleine rumlaufen lässt halt quasi. Macht der Titan denn viele Kills? Also ist das wirklich ein guter Bot, oder...? Ne. Also, klar, dafür, dass der Bot ist, macht der gut Damage. Aber ohne Pilot ist der Titan, sag ich mal, nicht gut. Also der macht Kills, klar, aber ist jetzt nicht, wie ich sagen kann, der macht viel Punkte. Der würde jetzt keinen anderen Spieler-Titan, sag ich mal, killen. Okay. So, und jetzt hat auch das andere Gegner-Team, sieht man grad, das Gameplay ist so kurz, ähm, verloren. Und jetzt müssen die Gegner quasi in, äh, dieses Flugzeug, das grad weggeflogen ist, müssen sie rein und dann abhauen. Und die dann tot sind, die sind für immer tot und haben so ne Karte, so ne, so ne, wie nennt man das nochmal, so ne freie Ansicht. Okay, und ihr habt jetzt grad auf dieses Flugzeug geschossen, kann das zerstört werden? Dann kann das zerstört werden. Kriegt ihr da nochmal irgendwie extra Punkte? Ähm, ja, da kriegen wir extra Punkte für, wenn man das halt zerstört, aber alleine kriegt man das meistens gar nicht hin. Ja! Da sehen wir jetzt das nächste Gameplay, ne? Den wir so, ja, was gibt's denn so noch zu diesen Karten zu sagen, die man da irgendwie freischaltet? Ja, zum Beispiel jetzt die Karte, die ich grad freigespielt hab, ist so ein Doppel-Agent, sehr geile Karte. Ähm, eigentlich eines meiner Lieblings-Gameplays, weil das Geile an dieser Karte ist zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt, äh, quasi, äh, die Gegner erkennen mich als, äh, sich. Also, ich bin jetzt quasi getarnt als Gegner, so ein Doppel-Agent. Und meine eigenen Leute erkennen mich als mich, so. Und, äh, kann auch... Ja, ja, verstehe, was du meinst. Kann halt so die Gegner halt auch rumlaufen und kann die in Ruhe killen. Und das war, ist eigentlich meine Lieblings-Karte bisher gewesen. Wie lange sind die so aktiv, diese Karten? Genau, da wollte ich auch grad drauf eingehen. Na, na, das ist ein richtig gutes Team hier. Ähm, die Karten... Ja, Gedanken lesen kann ich, glaubst du das? Vollein hier. Ähm, die Karten sind eigentlich so lang haltbar, bis du tot bist. Also, wenn dich jetzt ein Gegner einfach tötet, ist die Karte dann verloren. Die ist dann für immer verloren. Und, äh, musst du dann halt wieder neu freispielen. Aber wieso zum Beispiel hat der jetzt auf dich geschossen? Weil er sieht dich ja in dem Moment als einer von sich, oder nicht? Ja, das Problem war, er hat, äh, es gibt so Pistolen, automatisch zielende Pistolen. Das sind, nennen wir mal, zum Beispiel der Spieler, der checkt gar nichts, der cheat einfach nur und lässt dich einfach töten. Und, äh, es gibt halt diese automatisch anvisierenden Karten, äh, Karten sag ich schon, Pistolen, die automatisch anvisieren. Und der hatte eine. Und das entscheidet die automatische Pistole halt leider nicht. Daran kann man halt auch ein bisschen erkennen, wer Feind und wer Freund dann in dem Moment ist. Weil die, äh, automatisch mich anvisiert, quasi. Okay, also im Prinzip, äh, ist das so ne, äh, kann ich mir das wie so ne Noobwaffe vorstellen? Ja, genau. Die dann den Gegner wirklich von alleine anvisiert und du schießt nur noch. Boah, die ist so schrecklich. Also, die wollen sie, ja, die sind, die ist ein bisschen overpowered, muss ich sagen. Aber die wollen sie zum Glück auch fixen. Also, die ist jetzt zu stark, die macht fast One-Hits. Okay. Ist fast tot. Echt schrecklich. Und, ähm, schaltet man die auch durch diese Karten frei oder, ähm? Genau, durch die Mission. Hat man die dann auch nur so ein, so ein Leben lang oder hat man die die ganze Zeit? Ne, ja genau, ein Leben lang. Also, Karten generell hast du, soweit ich das weiß, also eigentlich alle Karten, die ich hab, waren ein Leben lang. Sobald du tot warst, war die Karte dann weg. Okay, und wie sieht das mit den Waffen aus? Also, ich seh dich die ganze Zeit mit einer Waffe da rumrennen, außer du hast halt ne Karte. Ja, das ist meine Lieblingswaffe. Also, man hat, äh, hat man da am Anfang viel Auswahl, beziehungsweise lassen sich, ähm, Waffen schnell freischalten? Also, bei der Beta, ich kann ja nur von der Beta reden, bei der Beta habe ich jetzt sehr, sehr schnell Waffen freigespielt. Ähm, ging eigentlich sehr schnell, weil man auch viel XP-Boost kriegt an Karten und so. Ähm, ging auch viel so schnell. So ein Boost wie bei Battlefield, so? Äh, bei Battlefield finde ich ein bisschen zu krass. Also da, ähm, okay, man kann natürlich Karten sammeln, diese XP-Karten, indem man viele Bots tötet. Dann kriegt man dann wieder viel XP-Boost und so. Und da kann man die natürlich wieder sammeln. Also, es ist aber jetzt nicht so, dass so total heftig Labels, ich glaube, das werden sie auch nochmal, hoffe ich mal, auch ein bisschen kleiner machen nochmal. So ein bisschen geringer machen. Nochmal so, ne? Okay. Bin ja eher lieber, der spielt dann lieber länger und hab dann lieber länger was vom Spiel. Mal schauen, so. Ja, das haben ja auch viele bei, ähm, Battlefield gesagt, ne? Also, lieber, äh, weniger Boost, dafür mehr andere Sachen, beziehungsweise länger spielen. Das stimmt schon. Ja, genau. Die gibt's ja bei Call of Duty auch. Da hab ich ja immer so ein bisschen, äh, bei Battlefield vermisst. Damit man manchmal sieht, wie unlogisch manche einen killen. Ja, das stimmt. Ja, die ist, äh, eigentlich, äh, das sind ja auch, äh, 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 also Mitentwickler von, äh, Call of Duty noch was. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Da waren auf jeden Fall, haben welche mitgewirkt, die auch ein bisschen bei Call of Duty mitarbeitet haben und ein bisschen auch mit dabei waren. Und deswegen merkt man auch, dass das Spiel so ein bisschen auch sehr viel Call of Duty Elemente hat, so. Aber positive. Ja, definitiv. Ja, es erinnert mich auch dezent an einigen Stellen an, äh, Call of Duty. Das fängt schon so ein bisschen bei den engen Karten an. So, die gerade ging eigentlich, aber die ist jetzt schon sehr, ja, sehr eng, sehr Call of Duty mäßig. Auch die, ähm, Zeichen und sowas, das unten links, ähm, die Anzeige, die erinnert mich auch total irgendwie an Call of Duty. Also, man merkt es schon, man merkt es schon ein bisschen. Ja. Ja, und das war auch ein cooler Frag hier. Das ist auch ziemlich cool. Du kannst ja deinen Titan spawnen lassen. Und wenn du einen anderen, wenn du mit deinem Titan auf einen anderen Titan oder auf einen Gegner oder so, äh, fallen lässt, der fliegt ja dann vom Himmel, der ist dann direkt, äh, down halt. Der geht direkt kaputt, wenn du den dann auch triffst. Ja. Das ist auch immer, bringt auch sehr viel Spaß. Ja, sieht auch auf jeden Fall. Es ist aber noch ungewohnt, dieses ganzen Wetter, äh, an den Wänden klettern. Ich war ganz am Anfang, wo ich Titan vor die Beta gezockt hab, bin ich die ganze Zeit am Boden rumgelaufen, mit kaum gesprungen, bis ich dann endlich mal entdeckt hab, ach ja, man kann ja springen, man, äh, das ist ja gut, zu springen, deswegen. Da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen am Anfang. Also, das sieht aber auch noch ein bisschen abgespaced aus, weil ich bin ja auch noch, äh, ne, ich hab's ja noch nicht gespielt und bin ja auch noch ein bisschen Battleship gewöhnt und, äh, ja, ist schon heftig. Auf jeden Fall. Also, es macht richtig Spaß. Also, auch dieses Rungejumpe. Wenn man das einmal so ein bisschen auch drauf hat, dann kann man da bestimmt auch richtig geile Kills mitmachen. Ja, bestimmt richtig gute Moves, so eine Wand langrennen und dann am besten dabei eintriffen und so. Ja, genau. Ja, du kannst dich ja auch, ähm, mit einer Fähigkeit, jetzt hab ich zum Beispiel eine Karte eingelöst, dass ich direkt wieder, weil ich bin ja gestorben und jetzt bin ich direkt wieder ins Match reingegangen mit der Karte. Ja. Und ist aber dann direkt wieder weg. Okay. Ähm, du kannst dich an Wände halt auch dran halten. Ähm, du läufst an der Wand, kletterst da rum und dann kannst dich da festhalten und dann kannst du auch die Leute so killen. Auch ganz praktisch. Machst dich unsichtbar und hängst die ganze Zeit mit der Bauer dran. An der Wand dran. Also, was da alles möglich ist, du, das glaubt man ja gar nicht. Da wird auch noch mehr kommen. Also, das, was in der Beta schon da war. Ja, da bin ich jetzt schon mal gespannt, ne? Also, für PC kann ich mir da vorstellen, dass da noch mehr kommt. Oh ja. Aber ich zum Beispiel hab ja jetzt auch gelesen, ähm, dass ein Titanfall-Entwickler gegenüber einem Game-Magazin gesagt hat, die hätten das eigentlich lieber zum Beispiel für PS4 rausgebracht, als für die Xbox, weil die, ähm, Xbox zum Beispiel nur auf 700p, glaub ich, maximal, 720p maximal läuft, mit Titanfall. Und auf der PS4 hätten die natürlich 1080p geschafft. Ähm, ihr spielt am PC auch mit 1080p, ne? Ja, genau. Also, da lässt die Grafik nicht zu wünschen über, glaub ich. Ja. Ja, das hab ich auch irgendwie nicht ganz verstanden, warum die sich da so entschieden haben, allein nur für die Xbox das zu machen, oder? Ich versteh den Grund nicht ganz. Das natürlich, äh, das, äh, Geld, ne? Das liebe Geld regiert die Welt. Kennst das doch. Ja, klar. Ähm, Microsoft ist ja da immer so, schon ein bisschen so gewesen, ne? Pass mal auf, wir geben dir jetzt so und so viel Geld und dafür bringt ihr das halt dann für die Konsole und nicht für die Konsole. Ne? Microsoft, ne? Windows ist ja dann auf PC. Ja, okay, ja. Deswegen für PC kommst du auch, ne? Für PC und Xbox dementsprechend. Ja, eigentlich schade. Ja, eigentlich schade. Für die anderen. Ich hätt's mir auf jeden Fall für euch, für, sag ich mal, für die, äh, Sony-Spieler, für die PlayStation-Spieler auch gerne gewünscht, dass ihr auch was davon habt. Finde ich echt schade, muss ich sagen. Ja, auch wenn's verzögert wär. Ganz ehrlich, das hätte mich auch nicht gestört, weil, ganz ehrlich, ich hätt's auch noch zwei, drei Monate später mir geholt. Ne. Aber gar nicht, finde ich schon sehr schade. Also, die haben ja gesagt, eventuell 2015, aber, ja, gut, 2015, wir sind bis dahin schon viel bessere Spiele gekommen. Da ist schon ein Patch wieder draußen. Da spielst du schon gar nicht mehr. Da ist schon wieder vorbei. Ja, da ist dann wahrscheinlich irgendwie wieder was Neues. Neue Karten und was irgendwie. Ja. Jetzt muss ich zum Beispiel in das Raumschiff. Ah, jetzt habt ihr verloren. Genau, jetzt muss ich schauen, dass ich überlebe, dass mich keiner tötet und musste ins Raumschiff rein. Du bist jetzt der letzte Überlebende. Ich bin jetzt der letzte. Und dafür gibt's sogar Punkte, wenn ich das schaffe. Jetzt sieht man nochmal hier Survival, Reich Nummer 100 und da nochmal 200 und direkt nochmal hier. Da gibt's schon vier Punkte für, wenn man auch überlebt. Es lohnt sich zu überleben. Es lohnt sich. Ja. Ja, gut. Ich denke, wir haben einen super Eindruck schon mal von Titanfall gewonnen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Mithilfe bei diesem Video. Ja, gerne. Gerne. Ich bin immer gerne, wenn du nochmal Titanfall-Gameplay im März irgendwann, wenn wir das mal zocken können, Material brauchst, bin ich gerne zur Verfügung. Ach ja, der kommt ja schon im März. Ich bin immer dabei, der kommt erst August. So ein Destiny-Zeitraum da. Nee, nee. Nee, nee, der kommt ja schon im nächsten Monat. Ja, klar. Das ist ja... Da habt ihr ja schon, ne? Ja, da wird's richtig. Da geht's richtig los, hör mal. Aber da kann ich dir gerne auch noch Gameplay-Material zur Verfügung stellen. Das ist alles machbar. Ja, da will ich auf jeden Fall was hören, du. Yay. Da möchte ich noch Gameplay sehen, wie das richtig gerockt wird, das Titanfall. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, danke für die ganzen Informationen. Ich bin jetzt auch schon mal ein bisschen weiter, was Titanfall angeht. So viel wusste ich darüber bisher nicht. Und du wirst es dir holen für den PC. Ich muss mal schauen. Was? Leute, schreibt mal in die Kommentare, dass eure Zero mal hier endlich Titanfall sich für einen PC holen soll. Überredet sie. Ja, ich muss mir Steam anschaffen. Das ist alles so schwierig. Nee, du brauchst Origin. Steam? Ja, siehste, noch kompliziert. Origin hast du doch automatisch, wenn du Battlefield hast oder nicht. Also ich hab ja auch einen Origin-Account. Stimmt, ja, dann hast du einen. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Da brauchst du nur kaufen. Guck mal. Ja, guck mal, wie das alles geht, du. Leichter geht's ja gar nicht mehr. Ja, damit wir das jetzt nicht allzu lange rauszögern, ne. Schreibt in die Kommentare, warum ich mir Titanfall kaufen soll. Auf jeden Fall. Überzeugt sie. Ja. Wie gesagt, nochmal danke an Fallapfel, an Falli. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Und ja. Wiederschauen, reingehauen, ne. Yay. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.